Moin, meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, die heutige Folge ist nicht so schön, sondern eher traurig, Leute, denn... Was soll ich euch sagen, Freunde? Es ist eine so, so krasse Zeit hier auf der Insel gewesen. Aber ich glaube, diese Zeit ist jetzt einfach vorbei. Nicht, weil ich's möchte, nicht, weil ich's sage, ey, die... Es ist einfach schade, es ist kacke und was auch immer, sondern... Freunde, wir sind gefühlt nur noch alleine. So, wenn ich gucke, wer alles hier aktiv auf der Insel wirklich spielt und dabei ist und was macht und so. Das sind leider nicht mehr so viele. Und dadurch ist der ganze Spaß natürlich weniger geworden. So, und das bedeutet natürlich auch, dass alles, was man hier gebaut und getan hat, natürlich jetzt auch nicht in dem Sinne umsonst war, ähm, sondern... Es ist halt einfach... Ich weiß nicht, wie ich euch das erklären kann, es ist einfach weg. Und wenn ich so mein Schloss angucke, ich sag euch ehrlich, ich werd schon traurig. So, wenn ich mich erinnere, wie das alles hier angefangen hat, wie das früher aussah, was hier alles noch war und wie das jetzt ausschaut und alles. Wie, wie krass sich das einfach geändert hat von einer, von einem Berg zu so einem Riesenschloss, dann noch diese Brücke, Leute. Wo ich angefangen hab, diese, diese Brücke hier zu bauen. Erinnert euch noch, wie krass das war, wo, wo wir erstmal hier noch gar nichts hatten, beziehungsweise wo da hinten diese Steinbrücke noch war. So, wie krass war das. Dann haben wir hier angefangen schon was zu bauen. Also, es ist, es ist einfach mega, 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 mega traurig, so. Ich wünschte, dieser Tag würde nie kommen, Leute. Aber, was soll ich sagen? Guckt's euch an, Leute. Amir's on. Alle anderen sind nicht da. Auch die anderen Tage, wo ich hier war, war gefühlt niemand da. Auch wo ich live gestreamt hab, war niemand da. So, wisst ihr, und man kann halt nicht nur hoffen, dass immer zwei, drei Leute da sind. Wenn, wenn halt nicht so viele da sind, kann man das ganze Projekt da kaum starten. Und ich wollte mich halt bei meinen ganzen Tieren verabschieden und sie eigentlich freilassen. Aber, die werden mich wahrscheinlich die ganze Zeit verfolgen. Deshalb, ähm, was geht Michael? Was geht Alina? Was geht Jeffrey? Was geht Mahmoud? Was geht Osman? Was geht? Ich hab deinen Namen vergessen. Thorsten. Freddy. Michael Jackson. Oh am Start. Und Ben. Auf jeden Fall, Jungs, an euch. Ich will mich verabschieden. Bei euch allen. Und ciao, Kako. Du warst mein Lieblingshaustier. Ich werde dich immer vermissen, Bro. Du warst ein gutes Haustier. Leider hast du überall hingekackt, du Pisser. Aber ich hab dich gefeiert. Ähm. Genau. Eigentlich würde ich euch... Oh nein! Er ist mit dem Creeper da drin. Wir müssen ihm helfen. Geh bitte weg. Oh mein Gott. Das noch... Ist das mein Hund oder ist das jetzt ein Skelett? Ah, mein Hund hat sich schon hochgeportet, glaube ich. Okay. Alles okay. So. Auf jeden Fall, glaube ich, werden wir uns jetzt verabschieden. Deshalb, ich weiß nicht, ob Armin da ist. Armin, bist du da? Wir können ja eigentlich einen Besuch bei ihm... Äh... Einfach gucken, ob er da ist und einfach zu ihm fliegen. Weil wir mittlerweile haben wir ja alles dafür. Guckt euch mal die ganzen Hunde an. Ach Leute, ich weiß, es ist schwer für euch. Oh, da ist noch ein... Das sind noch zwei Hunde. Die müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Leute, es tut mir so leid, euch das zu sagen, aber... Nichts, das ist halt wirklich mein letzter Tag auf der Insel. Wir gucken mal, ob unser Kollege jetzt noch da ist. Und danach schauen wir mal weiter. Freunde, ich bin gerade über die Dings geflogen und nicht mal Armin war da. Und so zu, als er ist afghan. Aber nichtsdestotrotz muss ich euch jetzt was erzählen. Ich weiß, den einen oder anderen wird es jetzt unheimlich traurig machen. Das tut mir auch mega leid. Aber es liegt einfach daran, Leute. Ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Und ich werde wahrscheinlich aufhören mit YouTube, Freunde. Das tut mir leid. Nein, Spaß. Natürlich werde ich nicht mit YouTube aufhören, Freunde. Jetzt mal weg mit der ganzen Trauer. Natürlich wird auch die YouTuber-Insel weitergehen, Leute. Aber nicht mal in so krassen Abständen, wie es sonst war. Denn demnächst wird es auf der YouTuber-Insel was sehr, sehr krasses geben, Freunde. Viele, viele neue YouTuber werden dazu kommen. Des Weiteren werden sich viele, viele, viele von euch bewerben können. Und das aller Geiz, das wird so ein krasses Live-Event geben. Aber das will ich jetzt noch nicht so viel verraten, Freunde. Das kommt alles zu seiner Zeit. Und wir werden natürlich noch an einem weiteren Projekt teilnehmen. Und zwar wurde mein Bruder zu einer anderen Geschichte mitgenommen. Und das will ich euch jetzt ganz, ganz zeigen. Denn Suusama hat mir eine richtig coole Nachricht hinterlassen. Und als ich diese Nachricht gelesen habe, wurde mir klar, dass ich einfach beides machen werde. Ne, ciao, Kako. Oh, das heißt, ich bleibe natürlich hier, mein Junge. Denn hier, Kian, du musst kommen. Minecraft-RP, Suu. Meine lieben Freunde, es ist zur Zeit, dass auch ich beide Inseln betrete, beide Projekte mit für euch präsentiere, Leute. Und natürlich auch weiterhin für euch am Start bin. Deshalb changen wir das Ganze. Und ich mache mich jetzt auch gleich auf den Weg dahin. Aber, was wir natürlich benötigen und brauchen ist, liebe, liebe Freunde, meine ganzen Sachen. Und soweit ich weiß, in der neuen Insel darf ich diese ganzen Sachen hier nicht haben. Deshalb müssen wir die auch später weglegen. Und, äh, genau. Wartet, ich kann die ja jetzt schon mal weglegen. Weil ich darf natürlich nicht mit den neuen Rüstungsteilen da rumfliegen oder rumlaufen. Ein Totem kann ich auch nicht benutzen. So, das Teil muss gleich auch weg. Ist halt einfach so. So, deshalb werden wir uns jetzt erstmal ein Floß machen. Oh, das wollte ich nicht. Deshalb werden wir uns jetzt erstmal ein Floß machen, Leute. Denn, ähm, okay, 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 okay. Bevor wir jetzt irgendeine Scheiße bauen und sterben. Das wäre natürlich, das wäre natürlich jetzt richtig mies, ne? Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall erreichen. So, wir müssen uns natürlich jetzt erstmal was bauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Oh, damit habe ich Dings gehackt. Ähm, weil wir jetzt da hinkommen müssen. Und, wie wir da hinkommen. Oh, ein Kirschholzboot. Cool. Und, wie wir da hinkommen. Ganz einfach, Leute. Wir gehen einfach hier zu Sue Space. Oder an Sue Space. Können wir auch. Es muss jetzt nicht genau bei ihm sein. Und, machen das so. Genau. Legen das Boot hier hin. Jetzt haben wir das Boot fertig. Elytras kommen weg. So. Nehmen wir uns mal ein Pickaxe in die Hand. So. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, müssen wir jetzt die ganze Zeit geradeaus. Und hoffentlich kommen wir dann irgendwann endlich bei der Insel an. Es war eine coole Zeit hier auf der Insel. Es wird natürlich weitergehen. Aber zuerst muss ich zur Minecraft-RP-Insel, Freunde. Denn da geht es richtig, richtig ab. Da sind alle. Und ich habe schon gehört, da sind nochmal ganz, ganz andere Sachen. Und das wollen wir uns auf jeden Fall angucken. Tschüss, YouTuber-Insel. Wir sehen uns. Bis die Tage. Pass auf dich auf. Und jetzt geht es weiter. Drei Tage später. Leute, Leute, Leute. So lange, lange bin ich jetzt hier schon unterwegs. Aber ich glaube, so endlich müssten wir auf jeden Fall da sein. Wie es ausschaut, ist da auch endlich Land in Sicht. Ich weiß nur nicht, ob... Leute, ich bin schon so lange unterwegs. Wirklich. Und endlich habe ich auch Land gefunden. Und da ist auch jemand. Ich kann ihn nicht so krass erkennen. Ey, das ist Sue. Oh mein Gott, Sue, das ist er. Bro, was das ist. Was ist der da? Hey, Kieran, was geht? Ich habe schon auf dich gewartet. Ich hoffe, du hast alle Informationen bekommen. Alles klar bei dir? Bro, ich habe alles. Was geht? Geht es dir gut? Alles gut bei dir? Bei mir ist alles erstmal bestens. Und zwar, erstmal freut mich, dass du hierher gekommen bist. Aber vergiss nicht, wir werden relativ oft wieder zurück hin und her. Also guck mal, du musst dir vorstellen, YouTuber-Insel dort drüben. Und hier die Alpha-Geheim-Server-Inseln, weißt du? Bro. Das ist das Ding. Also wenn wir wieder Bock haben, gehen wir sofort zurück. Und ich werde auch morgen wieder zurückgehen. Du auch? Bro, 100%. Ich habe schon den Leuten ein bisschen angeteasert, dass demnächst jetzt was richtig Krasses passieren wird. Und eventuell neue Leute oder Live-Events kommen werden. Boah, geil, 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 geil. Das wird wirklich sehr heftig. Wir ziehen das noch viel weiter durch. Dann haben wir zwei Projekte, was wir einfach am Laufen bringen können. So einmal hier und einmal dort. Das wird geisteskrankt. Und deshalb, ich stelle mal hier erstmal alles vor, das was mir quasi gezeigt wurde. Ja, ich bin ja auch erstmal relativ neu, ne? Ja. Und das Ding ist, du musst dir vorstellen, auf der rechten Seite, so das ist so quasi der Luxusplatz. So die ganzen Gebäude werden gebaut. Ah. Du musst dazu sagen, Alpha-Stein hat noch das krasseste Gebäude von allen anderen. Da links in der Mitte ist das von Max. Dann weiter links haben wir hier Mr. Amir. Und auf der linken Seite, wo ich gerade hingucke, ne? Ja. Weißt du schon, erkennst du schon ein paar Sachen, sei mal ehrlich. Ich sehe auf jeden Fall ein Mc... Alter, Burger King-Symbol ist auch da oben. Und wir wissen doch, wie sehr du Burger King liebst, mein Freund. Ja, Mann. Hier haben wir einfach ein Burger King, ein McDonald's und wir haben sogar ein Ikea. Komm mal mit. Oha, wie geil sieht das aus? Und sogar ein Lidl. Guck mal, das ist halt das Business-Gebiet, ne? Hier musst du dein Cash machen und das ist deine Aufgabe, dass du an Geld rankommst. Und hier auf der linken Seite siehst du ein Lidl von Alpha-Stein, höchstpersönlich hier. Der macht hier seine krummen Geschäfte und ab und zu rennt hier ein richtig komischer Händler manchmal rum, ne? Der ist richtig verrückt. Und hier links, das ist sogar Jefferson, das ist sein erster Mitarbeiter, aber auf ihn müssen wir nicht großartig eingehen. Also theoretisch gesehen kann man sich seinen eigenen Laden auch aufmachen und Sachen darin verkaufen. Absolut, das heißt, du brauchst dein eigenes Business und ich habe schon sogar eine geile Idee für dich. Okay. Bro, warte mal, und das ist jetzt hier BK McDonald's? Aber warum stehen sie sich gegenüber? Das ist natürlich sehr dumm von denen gemacht worden, weil das ist halt dumme Konkurrenz, so checkst du das? Die werden sich ja gegenseitig die Kunden wegnehmen. Aber deshalb, Bro, ich würde dir empfehlen, mach du kein Restaurant oder so auf. Überleg mal, was passt denn am besten zu dir? Also, ich bin gerade ein bisschen buff, das ist ein Smart, Ju. Ja, soll ich mal kurz gucken, ob... Oh, ich kann ein Beifahrer sitzen. Der hat vergessen, die Türen zuzumachen. Bro, hier drin ist einfach ein iPhone. Ja, Bro, der hat einfach vergessen. Ich glaube, das ist das Auto von Max und deshalb... Aber warum hat er sein Handy vergessen? Ja, keine Ahnung, ich würde mal das Auto wieder da lassen, so keine Ahnung, ich lasse es mal einfach erstmal so. Und das Ding ist... Was passt am besten zu dir, Kian? Sei mal ehrlich. Also, ich bin ehrlich, es gibt zwei Sachen, entweder ein Thronenstudio oder ein Gym. Oh mein Gott, Thronenstudio ist ja auch geisteskrankte Idee. Ja, Mann. Hä, wie geil. Weißt du was? Was denn? Guck dich mal noch ein bisschen um, ich werde ein bisschen Geld zur Hand nehmen und dir was Geiles kaufen. Bis gleich. Alter Ehre, Mann. Korrekt, korrekt. Leute, Leute, Leute. Crazy. Also, ich guck mal hier kurz rein. Also, es gibt auf der Insel so richtig dekorative Blöcke. Also, man kann hier wirklich, guck dich das mal an, Härten machen sogar, ein Wasserspender. Also, Getränkespender, wie cool ist das denn? Hä, man kann sogar die Getränke... Was? Man kann sogar Flaschen da hinlegen? Okay, das ist crazy, aber der McDonalds scheint nicht so gut besucht zu sein. Dann, das BK sieht gerade so aus, als würden die Leute da gerade das erst aufbauen. Ja, ja, Leute, guck mal, die bauen das hier gerade erst auf. Crazy, crazy, crazy. Ähm, jetzt bin ich noch sehr interessiert an das Polizeipräsidium. Denn, liebe Freunde, ihr wisst ja, ich bin Ex-Polizist. Polizei bittet um ihre Mithilfe. Ist das nicht Amir? Villager? Max? Wanted? Hä? Die stehen doch eigentlich immer für das Gute. Und warum ist hier kein Mitarbeiter da bei der Polizei? Frage ist halt nur, wer leitet das Ganze hier? Okay, das sind wahrscheinlich die Gewahrsamstseele, Leute. Gewahrsamstzellen. Und, äh, boah, ich weiß noch, ich musste mal sehr oft Leute in so eine Gewahrsamstzelle stecken. Also, es war Katastrophe, Leute. Es war wirklich die Hölle. Ähm, Alter, Siu ist wieder back. Oder? Siu? Hm, vielleicht muss er noch was machen, keine Ahnung. So, das ist wahrscheinlich ein ganz normales Dorf, Leute. Also, hier ist die Handelsstation. Kann ich das benutzen? Whee! Wem gehört das? Einfach ein Moped, Leute. Wie cool ist das denn? Okay. Ähm, wer ist denn gerade alles da? Eiferstein, Ente und Siu. Ich will Eiferstein und so auch sehen. Aber wo sind die? Wispa? Nein, Kian! Ja? Kian! Warte, warte, warte. Also, mein Freund, ich habe jetzt ein bisschen Geld für dich ausgegeben, ne? Ehemann. Also, die Ideen, die du gerade genannt hast, eins davon hatte ich auch im Kopf und zwar das Thema Gym, das passt wie Faust aus Auge zu dir, weil du kennst dich da so gut aus. Du kannst den Leuten, den YouTubern vor allem, das sind ja alles, du weißt halt, der ein oder andere YouTuber, die sind ja ein bisschen faul, ne? Die sitzen eigentlich nur vor dem Computer und deshalb kann ich mir vorstellen, dass wenn die einen guten Trainer so wie dich haben, dass die Bock haben und deshalb habe ich dir ein paar Sachen gekauft. Bam! Was ist das? Oh mein Gott, eine Handelbank mit Scheiben drauf, Freunde, für die Brustpresse, wo man den Brust, die mittlere Brust richtig krass trainieren kann. Ausführung aus dem Trizeps, ein bisschen vordere Schulter ist mit dabei. Heftig, wo hast du das her? Ich habe echt viel Geld ausgegeben und ich sage mal so, dann habe ich hier noch was Krasses für dich und zwar... Ich kann das hier nicht platzieren, aber hier hinten... Oh mein Gott, ein Laufband, um Kalorien zu verbrennen in der Diätphase, um die Defi-Form natürlich auszubessern oder Aufwärmtechniken zu benutzen und zwar von 5 Minuten zum Anfang und Auslaufen 5 Minuten zum Ende. Bro, wo hast du das her? Also ich sage dir, man merkt einfach, wie viel Ahnung du von Fitness hast und glaub mir, die ganzen YouTuber werden Schlange stehen vor deiner Fitness... vor deinem Fitnessstudio und deshalb, Bro, das passt so gut zu dir. Ich kann dir eventuell ein bisschen Geld besorgen, dann könntest du dir dein eigenes Fitnessstudio bauen oder vielleicht fragst du mal... Warte, das Ding ist, ich habe dir ja von meinem geheimen Business erzählt, ne? Ich habe noch nicht so viel Cash gemacht, weil ich erst heute damit angefangen habe. Was willst du machen? Das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ne? Nein! Ach du Scheiße, komm mal her. Oh oh. Komm mal mit, siehst du dieses Polizeipräsidium da vorne? Da war ich gerade drin, ne, ja. Da werde ich die Tage jetzt hingehen und mir eine Lizenz holen, weißt du wofür? Ähm, was ist das? Komm mit, ich werde dir das auch erzählen, weil du mein Bruder bist, allen anderen erzähle ich das aber nicht. Also bei der Polizei kann man sich Lizenzen für eine Waffe holen. Genau, und das ist das Ding, ich werde einen Waffenladen aufmachen und glaub mir... Warte, 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 pass auf, pass auf, pass auf, da ist, kommt jemand. Einte? Ich hoffe, er hat das nicht gehört, Digga. Ey, was geht? Ja, du bist jetzt auch hügelig! Oh mein Gott, Chicken Wiggen, was geht, Bro? Geht's dir gut? Lagen nichts gehört. Äh! Ey, Jo, enthör, was geht, alles fresh bei dir? Was geht? Ich hab ganz großen Hunger, habt ihr was zu essen für mich? Bitte, bitte, bitte! Äh, ich hab leider gar nichts. Ich hab ein bisschen Fleisch für dich. Bitte, ich hab ganz lang Hunger, bitte! Rumschreiden, du Hühnchen-Junge! Ey! Ich bin kein Hühnchen, ich hab Hunger! Ich gönn ihm was zum Essen der Arme, Bro. Naja, das Ding ist, er ist ja kein Vegetarier, oder? Ich weiß es nicht, der Poga ist, ja! Aber du bist ja auch kein Kannibale, weil ich hab nur gebratenes Hühnchen für dich. Ohohohohohoho! Ey, was soll das? Ich kann nichts dafür, ich hab halt nur Hühnchen bei mir. Und das ist so viel Stress, hä? Ey! Weißt du, was ich drauf hab? Hä? Äh, kacka, 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 Kühnchen, Ente, 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 Hühnchen. Warte, ich hab den Lachende! Hm. Kannst du so geil tanzen wie ich? Ich glaube nicht, ne? Ach, natürlich, guck, sag! Ey, Leute! Ente! Hä? Was ist das? Guck mal, siehst du, da hinten ist ein Schwein, siehst du das? Ja, das seh ich! Hol dir das! Stimmt, das muss ich mir holen und dann werde ich das creme! Ja! Let's go! Also, Kion, wo waren wir stehen geblieben? Bro, du weißt schon, dass die Polizei wird, wenn das rauskommt, ne? Ja, und das ist das Ding. Ich hab auch schon gesagt, ich hab gar keinen Bock auf Stress. Ich werd mir eine Lizenz holen. Wenn ich die Lizenz bekomme, dann alles gut. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, dann raste ich aus. Also, ich krieg safe die Lizenz. Das ist nicht das Ding. Okay, okay, okay. Buri, wenn du da Hilfe brauchst, sag Bescheid auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Du kennst dich ja auch mit den ganzen Paragraphen aus. Vielleicht nehm ich dich quasi als Anwalt oder so mit, weißt du? Das kannst du safe machen. Plus, ich kenn mich natürlich auch mit Waffen aus, ne? Das ist auch so ne Sache. Zweiter Punkt, ähm, was wollte ich sagen, genau? Was hat Alverständie für ne Rolle eigentlich? Naja, was heißt Rolle? Jeder hat so seine Geschäfte hier. Jeder versucht halt natürlich das zu machen, womit er am meisten Cash bekommt. Und das ist halt deine Aufgabe dann. Du musst so viel Geld machen, wie nur möglich, dass du dann in der Lage bist, dir dein ganzes Imperium aufzubauen. Und deshalb überleg dir das am besten, wie du das machst. Ja. Und, äh, vergiss nicht, wenn du dann dein Gym aufbaust, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du wirklich viel Cash dafür verlangst. Vor allem auch Proteinshakes hin und her stellst. So geile Sachen, dass die Leute dann wirklich Bock haben, reinzugehen bei dir, weißt du? Ja, man, safe. Ich mach da. Also, ich werde auf jeden Fall jetzt schon, äh, demnächst mit dem Gym anfangen. Äh, kann ich aussuchen, wo ich das mache? Also, brauche ich ein bestimmtes Grünstück? Muss ich das erwerben oder einfach hier irgendwo, wo es passt? Ähm, theoretisch musst du, doch, du musst natürlich, frag am besten Alphastein, weil der hat da irgendwie mit dem Bürgermeister schon alles abgeklärt, wo man was bauen darf. Und deshalb frag ihn mal, wo du dein Gym aufbauen könntest. Schreib ihn mal an, vielleicht ist er direkt am Start und dann könntest du mit ihm alles besprechen. Ah, alles klar. Ey! Kian, du weißt, ich muss weg. Bis später. Ja, ja, bis dann, bis dann, bis dann. Oh, oh. Guten Tag, geht die Polizei. Bleib nicht sehen, bleib nicht sehen. Ich seh sie, ich habe sie gesehen. Kommen sie runter, kommen sie runter, kommen sie runter. Ja, ich wollte euch nicht schießen. Komm runter, komm runter, komm runter. Sie dürfen nicht schießen, nachdem sie mich überhaupt aufgefordert haben. Das geht nicht. Ich sag mal, was ich will. Ey! Ich sag mal, was ich will. Ich mag alles, was ich will. Ich bin Politist und du bist ein Bürger. Und ich sage dir jetzt, ich habe eine Frage an dich. Du hast gerade mit diesem tobiosen gelben Typ-Namen, der nicht Armin-Bond-Pop, in der Autor, du hast mit ihm geredet. Ja. Du sagst mir sofort, ob der illegale Waffen verkauft. Was? Wie kommst du darauf? Verkauft der illegale Waffen hier auf der Stadt in Mutterwissen. Nein! Ich habe nur nicht ein Auge zugemacht, wo er es gehört hat. Der hat mir gerade einfach nur hier diese ganzen... Ich habe ein Auge zugemacht. Der hat mir diese Fitness-Dachen hier gegeben, dass ich anfange, mein eigenes Studio zu bauen, Mensch. Das ist mein Bruder. Ah, du bist der Bruder. Ja. Und Peter, du musst gar nichts dazu aussagen. Erstens das und zweitens nach... Aber ich weiß genau, hat er dir sicher nur Fitness-Geräte gegeben und keine, keine Waffen. Sicher keine Waffen gegeben. So wie diese Knarre, wo man es macht. Dann machen sie doch einfach eine Durchsuchung. Sie wissen doch... Okay, der mag fähre, du komm... Wollen Sie mitkommen? Wollen Sie mitkommen? Warum lassen Sie mich nicht aussprechen, verdammt? So, okay, da, da. Jetzt, alle droppen, droppen wir alle Items-Fotoeins. Alles? Alle Items droppen, sofort habe ich gesagt. Für eine Durchsuche müssen Sie mich erst mal in die Gewahrsamstelle stecken, oder? Du bist so nervig. Komm einmal mit in die Zelle. Komm, komm, komm. Du gehst jetzt in die Zelle rein. Da, du bist frech. Du bist... Oh, wir haben keine Tür in der Zelle. Die Zelle ist kaputt. Wie? Sie haben keine Tür in der Zelle. Wir haben gerade keine Zelletür. Aber ist sehr gemütlich hier drin. Du hast eine wunderbare Bett. Du kannst hier hinlegen und schlafen. Aber, aber... Er ist selber einfach eingeschlafen. Okay. Ich glaube, ich gehe einfach mal... Ich komme hier nicht mal raus, doch. Junge, was war das denn für ein Clown? War das unser Polizist? Hä? Was war denn mit dem los? Naja, egal. Ich muss auf jeden Fall jetzt zu Eiferstein eigentlich. Ich weiß nicht. Aber der meldet sich nicht. Eiferstein. Weil der ist auf jeden Fall da. Aber wo? Ich kenne mich hier halt noch nicht aus. Ich gucke mir mal ganz kurz die andere Stelle an. Mein Fitnessstudio zu bauen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Tonstudio wird auch auf jeden Fall gemacht. Das ist safe. Ich muss jetzt nur noch einfach noch die Lizenz... Oha, was ist das für ein Gebäude? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich werde auf jeden Fall mich jetzt hier erkunden, Freunde. Und dann werde ich auf jeden Fall mein Fitnessstudio eröffnen. Eventuell schon im nächsten oder übernächsten Video, Freunde. Checkt auf jeden Fall die anderen Videos zu ab. Aktiviert die Glocke. Koballert jetzt ein Like, Leute. Checkt auf jeden Fall die Jungs ab. Oder würde ich sagen, sehen wir uns. Haut rein. Und ciao.